Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 15. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 437 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Smart Things Wi-Fi, GIF-Suche, FaceTime, Bring & Siri, Instagram Hack, Your Phone und Google DSV... Google DSGVO. Ja, so rum geht's. Jetzt beginnen wir mit Samsung. Die haben etwas Neues rausgebracht. Leider nur in den Staaten, denn auf das Teil wäre ich extrem gespannt. Aktuell machen ja alle in diesem Mesh. Es gibt einige wenige Hersteller, die schon lange, seit vielen Jahren darauf sind und das nicht ganz so genannt haben. Und es gibt die Hersteller, die, nachdem das Google mit seinem Mesh-System auf den Markt gekommen sind, jetzt alle auch auf Mesh machen. Samsung ist einer von denen, aber ein sehr später Einstieger. Sie haben drei Geräte rausgebracht, also so ein Dreier-Paket ist es besser gesagt, womit man eben sein Netzwerk besser auslegen kann und ein homogeneres Netz damit bekommt. Interessanterweise hat Google da noch mehr reingebaut. Das Ganze spricht nämlich nicht nur WLAN nach dem Standard A, B, G, N, A, C, sondern auch Bluetooth 4.1, ZigBee und Z-Wave. Und wer zum Beispiel den lebensfahrt.ch-Blog ein wenig liest, der hat das sicherlich schon mal mitbekommen. ZigBee und Z-Wave, das sind unter anderem Funkwellen oder sind, ja genau, jetzt kommt das wieder. Sind unter anderem Funkstandards, die es ermöglichen, Smart-Home-Geräte smarter zu machen, miteinander zu verknüpfen und so weiter. Der ZigBee zum Beispiel ist etwas, was die vielen von euch wahrscheinlich bekannten Philips Lichtgeschichten unterstützen. Z-Wave sind viele breitere Sensoren etc., die darauf basieren und so weiter. Und eben interessant ist, dass dieses Mesh von Samsung, das Smart-Things-Wi-Fi, nun eben diese verschiedenen Standards unterstützt, was eigentlich grundsätzlich sehr sinnvoll ist, denn somit muss man nicht für jeden Dienst einen eigenen Hub haben. Jetzt müssen natürlich nur die einzelnen Hersteller auch auf diesen Hub aufsteigen. Und eben das Ganze muss auch noch zu uns kommen, denn aktuell gibt es das Ganze leider nur in den Staaten. Mal schauen, wann es dann kommt. Apple hat sie eingefügt, die GIF-Suche. Wer bis jetzt GIFs versenden wollte über iMessage, der durfte auf, zumindest wenn er eine grössere Auswahl als das, was schon bei Standard drin ist, haben wollte auf eine App von Giphy zurückgreifen. Das ist die grösste Datenbank, wenn es eben um sogenannte GIFs geht. Und damit konnte man dann eine iMessage-App mit installieren und das Ganze dann nutzen über den Third-App-Integration. Und da hat Apple jetzt nachgebessert und das Ganze direkt integriert. Sinnig für all diejenigen, die GIFs mögen, für all diejenigen wie ich, die das nicht ganz so tun, ja, da kommt vielleicht ein bisschen was auf uns zu. Also ihr wisst, was ihr tun könnt, wenn ihr mir eine Freude machen möchtet. Hashtag not. iOS 12, da wurde uns ein Feature versprochen auf den Herbst und das ist nämlich FaceTime für Gruppen. Und auf der Infoseite, die ich Anfang dieser Woche schon mal besprochen habe, die Apple mittlerweile rausgehauen hat, ist da jetzt später in 2018 vermerkt. Heißt, das Ganze wird nicht vom Start an mit integriert werden. Was natürlich schade ist, weil wenn man so durch die ganzen ersten Berichte von den mittlerweile schon sechs, respektive mit der zurückgezogenen von gestern sieben Beta-Version reinschaut, hat das bis jetzt immer gut funktioniert. Egal ob mit Tonqualität und mit Emojis drin und allem Möglichen. Aber irgendwas scheint da noch nicht ganz an Apples Qualitätsniveau zu entsprechen. Und somit hat Apple das Ganze jetzt eben verschoben. Wir dürfen gespannt sein und ja, später 2018, lange kann es ja nicht mehr gehen. Füge Milch zu meiner Einkaufsliste bei Bring. Ein Text, den ich immer wieder mal in mein Siri reingequatscht habe. Und seit gestern, vorgestern geht das jetzt endlich. Nachdem man schon länger mit Alexa und dem Google Assistant das Ganze aufquatschen konnte, kann man das Ganze jetzt endlich auch direkt und ohne Umwege über die Notizen von Apple und so weiter, da gab es ja so kleine Hacks, direkt einsprechen. Somit für all diejenigen, die mit Bring einkaufen, eine schöne Neuigkeit für uns. Zum Beispiel ist es so, weil wir kaufen mit der App ein. Aktuell werden ganz fleissig Instagram-Konten gehackt. Und zwar gezielt solche, die natürlich nicht unbedingt sicher sind. Heisst, kurze Passwörter oder einfache Passwörter drin haben. Somit sei geraten, euch, liebe Nutzer von Instagram, die Passwörter zum einen verstärken und logischerweise noch etwas, nämlich die zweitstufige Authentifizierung zu aktivieren. Denn das macht es den Hackern deutlich schwieriger, um auf euren Account zu kommen. Eine neue Version von Your Phone gibt es mittlerweile für Windows 10 Version, also auf dem Windows 10 Rechner und Mobile. Das Ganze ist eine App, mit der ihr auch von eurem Android zum Beispiel Daten auslesen könnt. Aktuell funktioniert das vor allem mit Fotos. Darauf freue ich mich sehr stark, denn wenn ich mit Windows unterwegs bin, ist das Auslesen von den Fotos immer so ein Ding. Entweder habe ich es über die Google Fotos, wenn ich das Ganze synchronisiere, passiert sehr selten, oder wenn ich dann ein Backup mache auf OneDrive von all den gemachten Fotos, dann habe ich da natürlich Zugriff. Was aktuell noch ein bisschen unschön ist in der Your Phone App, ist, dass wenn ihr ein Bild da rauszieht, ihr es nicht in der Originalgrösse rausbekommt. Das ist natürlich deutlich, ja, sehr, sehr hässlich, liebes Microsoft. Da müsst ihr auf jeden Fall noch nachbessern, ansonsten darüber ein Smartphone zu verwalten, die ganzen Androiden-Smartphones über den Dienst Your Phone zu verwalten. Das wäre natürlich sehr praktisch und ich hoffe, dass Microsoft da ein bisschen Manpower reinsteckt und uns bald eine gute und schöne Software liefert, was das anbelangt. Gestern oder vorgestern habe ich euch davon erzählt, dass Google aktuell ein bisschen bombardiert wird, zu Recht auch, weil auch wenn man die Ortung deaktiviert hat, passiert das ständig im Hintergrund, egal ob auf iOS und auf Android-Geräten. Und das Ganze hat ein paar Datenschützer in Amerika auf den Plan gerufen und die fordern jetzt stärkere und heftigere Gesetze, was das anbelangt. Microsoft hat ja für das ein Privatsphäre-Dashboard eingerichtet, worüber ihr die ganzen gesammelten Daten, die Microsoft über euch sammelt, einsehen könnt und vor allem verwalten und auch löschen könnt. Und sowas hat Google eigentlich auch eingereicht, aber eben, sie machen es doch im Hintergrund. Böse, böse. Und das Ganze ist jetzt, wie es ausschaut, ein Fall für die DSGVO. Und könnte Google ziemlich teuer werden. Wir dürfen mal gespannt sein, wie ernst die lieben Leute der EU das Ganze gemeint haben mit der DSGVO. Mein Gott, das lerne ich nie mehr. Ich schwenke, glaube ich, um auf die amerikanische Version, auf die englische Version. Ja, das waren es die News, die ich heute für euch bereit habe. Ich hoffe, ihr habt wieder mal was mitgenommen. Euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Mittwoch, der eine oder andere mag vielleicht frei haben. Zumindest mein Postbrote bringt mir heute keine Gadgets. Ja, Sneef muss ich den Tag anders verbringen. Mal schauen, was ich so anstelle. Und ja, wir hören uns morgen wieder, wenn es euch passt. Somit euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.